Let's start again Moin geht's, mir ist sonst am erster Rennen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 4 Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde Und ihr werdet eine kleine Änderung jetzt feststellen auf meinem Kanal Und zwar bin ich jetzt wieder in der Lage mit meinem PC, also meinem richtig, richtig guten PC aufzunehmen Und zwar liegt das daran, ich konnte den gestern abholen, deswegen kamen gestern auch kaum Videos Nicht, weil ich keinen Bock hatte oder so, sondern einfach ist es momentan, ey, es kommt ja alles wirklich Schlag auf Schlag Wir hatten jetzt die ganzen Geburtstage, die letzten Tage, ja, wodurch ich dann daran gehindert war Groß, äh, irgendwie was auf die Kette zu bekommen, Livestream-mäßig Weil dann da ein Wochenende mal auf den Geburtstag, dann dieses Wochenende auf den Geburtstag gewesen Dann das Wochenende, also Geburtstage über Geburtstage, wodurch ich dann immer ein bisschen, ja, daran gehindert Bin, Livestream-mäßig durchzustarten Jetzt ist der PC da Und da habe ich mir gestern gedacht, ja, nice Jetzt hast du endlich deinen PC, jetzt kannst du so richtig loslegen Die Wasserkühlung ist verbaut, Video zum PC wird noch kommen Das kann jetzt nur ein bisschen noch dauern, weil ich muss dann erstmal wieder alles abbauen Muss dann das Video aufnehmen und, und, und Also, ich will jetzt nicht versprechen, dass schon diese Woche das Video von meinem, äh, PC kommen wird, ja Also, nur damit wir das schon mal hier so ein bisschen festhalten und klar halten Nicht unbedingt diese Woche kommt jetzt das Video von dem Computer Und, ähm, ja Ich hoffe, ihr könnt euch auf jeden Fall ein wenig gedulden So, jetzt muss ich aber trotzdem mal ein Thema ansprechen Und zwar, gestern war der PC dann endlich da Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt kannst du richtig loslegen Und euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass gestern kein Video von Horizon Zero Dawn kam Das liegt nicht daran, weil ich unzuverlässig werden will Oder keinen Bock mehr auf das Projekt habe Im Gegenteil, ich habe richtig Bock da drauf Ich habe gestern noch die Capture Card eingebaut, weil für die ist jetzt Platz Aber jetzt habe ich folgendes Problem Ich habe von Avamedia die, ähm, Ema Light HD Live Gaming Capture Card Oder, äh, ich weiß nicht genau, wie man sie, äh, wie sie jetzt heißt Auf jeden Fall ist das so eine, ähm, ist das so eine interne Capture Card Also die wird im PC eingebaut Und ich hatte mit der bisher eigentlich nie Probleme Habt ihr ja im Livestream selber feststellen können Und in den Videos jetzt davor Ich habe immer fleißig aufnehmen können und, und, und Aber jetzt ist das Problem Ich habe die jetzt hier in dem neuen PC drinne Der jetzt die Wasserkühlung auch mittlerweile halt drinne hat Und, ähm, der PC scheint auch zu erkennen, dass die drinne ist Weil es steht in der, äh, Systemsteuerung Im Gerätemanager Unbekanntes Gerät Das Ding ist, ich kann den Treiber installieren, wie ich will Er erkennt diese Karte einfach nicht Und das ist gerade ein gewaltiges Problem Weil ich habe keine Möglichkeit momentan Die Konsolen aufzunehmen Ich habe jetzt am, äh, gestern Also am gestrigen Tag Mir direkt eine neue Capture Card bestellt Von AvaMedia Ähm, eine etwas, ja, andere Die ist eher extern Die läuft über USB 3.0 Ich habe da nur ein bisschen meine Bedenken gehabt Ähm, da muss ich auch nochmal, äh, kurz mich bei DaluCard bedanken Den habe ich nämlich gestern angeschrieben und gefragt Ob er, was er für eine Capture Card benutzt Bei DaluCard ist ja auch jemand, der schon sehr, sehr viel Content am Tag raushaut Und, ähm, ja, da habe ich einfach mal gefragt Wie das so aussieht Was er für eine Capture Card aktuell benutzt Und er hatte mir sogar gesagt Er benutzt sogar eine externe Genau die, die ich mir jetzt bestellt habe Auch auf seine Empfehlung hin Und er sagte wohl, da gibt es keine Probleme mit Bild- und Tonverzögerung Also, er sagte, da ist nur ab und zu Das Problem, dass die einen Blue Screen auswirft Wenn die, äh, zu lange an war und man zwischendurch sich denkt Ja, jetzt nehme ich wieder was auf Konsole auf Dann muss man die einmal ganz kurz aus- und wieder einstöpsen Oder im PC neu starten Ist für mich halb so wild, muss ich ehrlich sagen Aber dann läuft das Ding über USB Da mache ich mir keine Sorgen, dass er die nicht erkennt oder so Das wird klappen auf jeden Fall Und dann habe ich auch meine Ruhe danach, ja Also, das heißt, ab morgen Kommt dann auch wieder Horizon Zero Dawn Jetzt geht es wieder auch los mit Landwirtschaftssimulator Und ja, ihr habt auch schon am Titel vom Video jetzt was gesehen Ähm, und zwar möchte ich gerne Mal ganz kurz heute was ansprechen Und zwar dreht sich hier, äh, dreht sich das Video heute um das Thema Minecraft Wie ihr ja gerade sehen könnt auch Und ich habe mir gedacht, Craft Attack ist eigentlich ein richtig gutes Projekt Um das mal anzusprechen Ich bringe ja noch Craft Attack aktiv Bis Minecraft Empire losgeht Und, ähm, ich habe mir gedacht Einfach, das hier ist die beste Möglichkeit Das Thema mal anzusprechen Denn, äh, Schluss jetzt Äh, oder ab jetzt Schluss, äh, bedeutet nicht Dass ich aufhöre mit YouTube Sondern ich möchte eine Sache kurz mal anmerken Und zwar, ähm, habe ich jetzt die letzten Tage Wo ich im Livestream sehr viel Zelda gespielt habe Und auch Horizon Zero Dawn und davor NieR Automata gemerkt Äh, wie viel Spaß mir das einfach macht Und dass momentan einfach die Lust an Minecraft Bei mir sehr, sehr stark gesunken ist Das heißt also, so Projekte wie Minecraft Empire Da habe ich richtig Bock drauf Aber dieses irgendwie Zwanghafte Mir jetzt was zu überlegen Was ich bringen könnte in Minecraft Da habe ich einfach keinen Bock drauf Das möchte ich nicht mehr machen in Zukunft Also ich werde natürlich weiterhin Legend spielen Sobald jetzt das Update von Legend gekommen ist Werde ich auch sehr aktiv werden in Legend Und auch das Update danach und alles Das wird dafür sorgen, dass ich immer mehr Minecraft Legend Bei mir auf dem Kanal demnächst bringen werde Wie gesagt, der Server ist nicht vergessen oder so Wir wollen nur Patches rausbringen Die eine gewisse Qualität haben Die bugfrei laufen zum größten Teil Und die auch vom Game Design her gut durchdacht sind Und das braucht halt seine Zeit Und ich habe genauso wie manch anderer hier Einfach eine Pause in Legend gebraucht Weil, ähm, ich einfach selber nicht mehr wusste Was sollte ich jetzt noch machen großartig Ich hätte zwar weiterhin Equipment und Gold farmen können Aber das wäre mir auf Dauer einfach ein bisschen zu langweilig gewesen Und deswegen habe ich genauso wie alle anderen Auch auf Content gewartet Also Legend wird auf jeden Fall immer ein großer Bestandteil Auf meinem Kanal bleiben Weil das ein Server sein wird Den wir auf jeden Fall versuchen richtig gut aufzubauen Und das ist auch ein Grund, warum mir Minecraft Spaß macht Weil Minecraft ist einfach vielseitig einsetzbar Wenn man es richtig macht Nur ich habe keine Lust, dass sobald ein Minecraft Projekt endet Ich immer wieder in diese Position komme Mir zwanghaft irgendwas zu überlegen Um euch bei der Stange zu halten Ich habe eine gewisse Stammzuschauerschaft Die ist in Wirklichkeit gar nicht so riesig Wenn man ehrlich ist Aber sie ist da und sie reicht aus Um, ähm, mich jetzt mittlerweile bei Spielen Die absolut nichts mit Minecraft zu tun zu haben Äh, auch gut zu supporten Und so, dass ich, äh, ja Sag ich mal, mich über Wasser halten kann Gut Und, ähm, da muss ich mir da nicht so viele Sorgen machen Und deswegen möchte ich an der Stelle einfach sagen Dass ich definitiv nicht mehr anfangen werde Krampfhaft jetzt irgendwelche Minecraft Projekte Mir aus der Nase zu ziehen Sondern ich mache nur noch die Dinge, die mir Spaß machen Wie zum Beispiel Minecraft Empire Da habe ich mega, mega Bock drauf Das ist so ein Projekt, was in die Richtung von Craft Attack geht Nur ein bisschen klein wenig gemoddet So, dass es auch nicht übertrieben viel mit Technik oder so ist, ja Da habe ich richtig Bock drauf Und wenn ich danach dann kein Projekt mehr habe Dann kommt halt erstmal kein Minecraft, ja Ich weiß, dass ich momentan Den einen oder anderen Abonnenten dadurch verliere Und dass meine Klicks dadurch richtig, richtig weit nach unten gehen Aber genau das ist es ja Was nicht zur Thematik werden soll Ich möchte einfach, ähm, gerne mehr in die Richtung Multigaming gehen Und wenn ich dann im Livestream halt mit einem Spiel mal 200 Zuschauer habe Trotz, dass es 400.000 Follower sind Dann ist das halt einfach so Und damit kann ich gut leben Und da habe ich auch kein Problem mit Ich möchte nur jedem halt jetzt schon mal hier vorab sagen Denn nur wegen Minecraft hier ist Dass es auch mal sein kann, dass eine Zeit lang sehr wenig Minecraft Bis gar kein Minecraft mehr auf meinem Kanal kommt Ich werde mich daran nicht mehr orientieren Ich werde nicht mehr anfangen, äh, Minecraft zu bringen Weil ich es muss Das bringt mir nichts, wenn ich irgendwas mache Was mir am Ende einfach keinen Spaß macht oder so Ich muss auch ehrlich sagen Ich bin mittlerweile in so einem Alter, ähm, ich Ich habe einfach diesen Gedanken, dass ich mir auch sage Ich bringe einfach das, was mir Spaß macht Ich weiß, wenn ich jetzt in Minecraft anfangen würde Who's your daddy, hide and seek Ähm, Lucky Block Battles und, und, und zu bringen Ich weiß, dass das Unmengen an Zuschauer ziehen würde Und dass das für viele hier super duper interessant wäre Aber ich interessiere mich einfach nicht für diese Spielmodis Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr da jedes Mal Dann irgendwelche Lucky Blocks aus dem Internet zu ziehen und zu gucken Ja, ich meine, Leute, die das machen und Spaß dabei haben Ist ja auch alles schön und gut, ich habe da nicht so ein Interesse dran Ich möchte das einfach nicht bringen Weil das einfach nicht zu mir passt Und ich da auch nicht so eine Lust drauf habe Ich habe jetzt zuletzt einmal so ein Duell gemacht mit Xander Wo wir dann da dieses, äh, iPhone vs. Samsung Battle aus Spaß gemacht hatten halt, ne Und das war schon so eine Sache Da kam ein Video von und danach gar nichts mehr groß zu diesem Battle Weil wir einfach gemerkt haben, wir haben keinen Spaß an der ganzen Sache so, ne Und das ist das halt einfach Also wenn ich Bock habe auf ein Projekt wie zum Beispiel immer Craft Attack Dann bin ich da auf jeden Fall mit dabei Und wer Bock hat, der unterstützt mich halt bei, äh, Spielen, die halt nicht so Mainstream mäßig sind Und wenn das halt ein kleiner Zuschauerteil ist, dann ist das halt nun mal so Dann, ich kann mich damit prima abfinden Wenn mein Kanal halt einfach nicht die Überzahlen fährt Statistiken oder sonst was Mein Ziel ist es nicht, auf YouTube irgendwie einer der größten YouTuber zu werden Oder, ähm, weiß ich nicht, 100.000 Klicks auf alle meine Videos zu bekommen Oder 300.000 Klicks Ich komme damit super klar, ich mache das ja jetzt auch schon eine längere Zeit Und ich komme damit super klar, dass ich halt nicht so einer der größten bin oder nicht dazugehöre Also das ist für mich völlig in Ordnung Und, äh, wichtig ist einfach, finde ich Dass man erstmal an dem, was man macht, Spaß hat Und für die Leute, die sich halt immer aufregen und sich hintergangen fühlen oder so Und sagen, ey, das ist doch voll Kacke Du hast mit Minecraft angefangen, jetzt bring auch Minecraft Dafür habe ich dich abonniert Äh, man muss an der Stelle auch mal sagen, Leute Ihr werft ja auch den YouTubern immer vor Dass sie vieles aus Profit oder, ähm, aus, ja, geltlichen Gründen machen Deswegen, ich bring immer das Argument dann ein Dass ich einfach mal frage, warum ihr dann auch versucht Jemanden zu zwingen, etwas zu machen, wenn er ja schon sagt Er möchte das nicht, ne So, und das will ich nur nochmal ansprechen Also wenn hier irgendwelche Leute anfangen, groß in den Kommentaren rumzujammern Äh, ich soll wieder Minecraft mehr bringen oder so Ich werde diese Leute einfach auf meinem Kanal blockieren Ähm, weil ich einfach jetzt in dem Video gesagt habe Was Sache ist und worauf ich Bock habe Und ich kann das absolut verstehen Wenn jemand sagt, ja, nee, wenn er nur noch, äh Wenn er jetzt nicht mehr nur noch Minecraft bringt Interessiert mich der Kanal nicht Finde ich nicht so schlimm Ich, äh, komm damit gut klar, wenn die Leute deabonnieren Es ist halt einfach nur mal so, dass auch Minus-Statistiken zu so einer Sache dazugehören Vor allen Dingen, wenn man gerade mal so einen So einen heftigen Einschnitt macht In, äh, ja, in dem Stil, den man vorher gebracht hat Das ist genauso, wenn ein Musiker, der vorher, weiß ich nicht Ähm, Hausverfahren Hausmusik produziert hat, plötzlich Rockmusik macht Der muss sich ja auch nicht verwundern, dass seine Fangemeinde dann plötzlich schrumpft wieder, ne? Weil die meisten Leute haben den Musiker zugehört, weil er Hausmusik produziert hat Weil das den ihr Genre ist, was sie gerne hören Und wenn er dann plötzlich Rockmusik macht, dann ist das halt eine ganz andere Sache, ne? Und genauso sehe ich das auch mit dem Let's Playen Ich habe jetzt halt sehr viel Minecraft gebracht Minecraft wird natürlich nicht ganz von meinem Kanal verschwinden Aber es wird weniger werden Wer natürlich sagt, ja, ich gucke nur die Minecraft-Videos dann halt Der kann ja gerne dranbleiben Da habe ich kein Problem mit Nur ich möchte mir halt nicht dieses Generve Äh, äh, Generve haben Wann denn das nächste Minecraft-Projekt kommt, ne? Also Legend, wie gesagt, wird es bei mir aktiv geben Weiterhin Ich warte jetzt selber auf den Content Und sobald er da ist, werde ich dann wieder regelmäßig Legend bringen Auch im Livestream Und Minecraft Empire wird das nächste Projekt sein Wo ich mit am Start bin und Gas geben werde Aber ich werde nicht krampfhaft versuchen Weiterhin Minecraft-Videos zu bringen Nur damit die Statistiken immer weiter nach oben gehen Und steigen Also wenn die Statistiken nach oben gehen Dann einfach mit einem Konzept, mit dem ich selbst zufrieden bin Wo ich mich eins zu eins mit wohlfühle Und das ist halt einfach, wenn ich Multigaming bringe Ich werde jetzt demnächst auch anfangen So ein bisschen Retro-Games zu zocken Wie zum Beispiel auf dem Super-Nintendo-Spiele Secret of Mana, Secret of Evermore Terranigma und so ein Kram Das werde ich demnächst durchspielen Und ja, wie gesagt halt Und wenn sich dafür dann halt ein paar hundert Leute interessieren Und nicht ein paar zehntausend Leute Dann ist das halt einfach so Ich weiß, wie gesagt, dass ihr so Sachen wie Lucky Blocks Und Hide & Seek und Who's Your Daddy und so Super geil findet Aber wie gesagt halt Ich möchte einfach nicht Nur weil das gut Klicks bringt, das bringen Ja, also wie gesagt halt Wenn mein Kanal gut läuft Dann auch mit einem Konzept, von dem ich selber überzeugt Und mit dem ich zufrieden bin Und ich denke mal, der größte Teil von euch ist alt genug Dass er das versteht Und ja, wie gesagt halt Wenn ich dann jetzt erstmal in nächster Zeit Einen nicht so gut laufenden Kanal habe Dann ist das halt einfach so Hauptsache die Leute, die sich die Videos angucken Haben Spaß daran Und sind von dem Content überzeugt Den ich bringe Genauso wie ich selber Und dann würde ich sagen Das war's auch schon von der Folge Craft Attack Ich wollte einfach nur mal euch ein bisschen darüber aufklären In der nächsten Folge werden wir uns wieder ranmachen Und werden weiter unten das Lager ausbauen Was ich ja hier mal angefangen hatte Gehen wir mal ganz schnell hin Ich zeige euch das nochmal eben schnell Das werden wir auf jeden Fall in der morgigen Folge ausbauen Also heute wird auf jeden Fall wieder Farming Simulator kommen Und Zelda habe ich noch zum Glück vier Folgen vorproduziert Ich habe die jetzt nicht alle an einem Tag rausgehauen Weil eigentlich sollten gestern drei Folgen Zelda kommen Aber nachdem ich festgestellt habe Okay, die Capture Card funktioniert nicht Habe ich mir gedacht Okay, dann haust du jetzt erstmal pro Tag eine Folge raus Damit die jeden Tag kontinuierlich weiter in eine Folge bekommen Die Leute Das ist nämlich besser als wenn ich jetzt drei Folgen an einem Tag Und dann setzt ein Tag Zelda aus Ja Also ab morgen geht es dann weiter Auch mit Horizon Zero Dawn Ich werde morgen direkt Gas geben Ich werde richtig viel aufnehmen Und so auch heute werde ich schon Minecraft und alles schön vorproduzieren Damit wir dann jetzt demnächst loslegen können Und richtig viel live streamen Und denkt dran Samstag ist ein Open-End-Livestream www.twitch.tv www.gtime.tv Wo wir ja die Switch verlosen Liebe Gemma kommt ja am Samstag zu mir Deswegen muss ich alleine auch schon viel vorproduzieren Und Ja Wir werden auf jeden Fall einige Spiele zocken Wir haben geplant auf jeden Fall Zelda zu spielen Wir wollen ein bisschen Horizon Zero Dawn zocken Dann habe ich hier Ich weiß gar nicht wie das Spiel jetzt genau heißt Irgendwie das neue Digimon für die Playstation 4 Dann haben wir noch irgendwie so ein anderes Spiel Und ich habe noch etliche andere Games Die wir zocken können Auf jeden Fall werden wir eine Menge Spaß haben Und wer Bock hat ist natürlich herzlich dazu eingeladen Sich das Ganze reinzuziehen Und an alle Leute die mich auf diesem Weg jetzt mit begleiten Bei denen möchte ich mich bedanken Vor allen Dingen auch für die letzte Zeit Für den Support im Livestream Auch wenn kein Minecraft kam Waren immer sauviele Leute mit am Start Und haben supportet Das finde ich eine richtig coole Sache Und Multigaming ist einfach das Wo ich hingehen möchte Und das ist das was ich machen will Und wenn ich mit etwas erfolgreich werde Dann mit Multigaming halt Weil das das Konzept ist Von dem ich überzeugt bin An dem ich super viel Spaß habe Und es mir einfach super viel Spaß macht Auch einfach mal die Spiele zu spielen Auf die ich einfach Bock habe Ja und ich hoffe das war es soweit Gut dann bedanke ich mich Dass ihr zugeschaut habt Wenn es euch gefallen hat Lasst eine positive Bewertung da Und einen netten Kommentar Und wenn ihr in Zukunft Kein Video mehr verpassen wollt Könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren Bis dahin haut da rein Danke fürs Zuschauen Oh Gott Oh Gott Ihr darf natürlich nicht in die Luft fliegen Hier in der Rebellion Ja das darf nicht passieren Oh okay ich bin weggekommen Alles klar bis dann Tschüss